In meinen Geschichten ist vieles vorhersehbar, aber es ist auch nicht alles vorhersehbar. Was sind Sie, ein Künstler oder ein Schriftsteller? Ich bin mehr so eine Art Unterhalter für Kinder. Und ich zeichne sie gern. Ich will ihr keine schlechte Mutter sein. Wer ist er? Er sucht einen Ferienjob. Was soll er denn für dich tun? Er will Schriftsteller werden, also muss er lernen, was dazu gehört. Ich werde mich voll reinstürzen und alles machen, was Sie von mir verlangen. Was du hier miterlebst, mein Junge, ist die traurige Phase einer langen Ehe. Marion und ich, wir trennen uns gerade. Sie lebten in einer Hütte im Wald, auf einer Insel. Und die Mutter erzählte dem Jungen, dass es so manches Schöne im Wald gab. Warum nicht einen Versuch wagen? Eddie, du bist so ernst. Jungs in deinem Alter sollten nicht so ernst sein. Es gibt keine Nacktheit, die sich mit dem Gefühl vergleichen lässt, wenn man das erste Mal vor jemandem nackt steht. Zieh dein Kleid aus, bitte. Hattest du schon mal Sex, Eddie? Du wirst heute Nacht sicher gut schlafen. Wahrscheinlich hast du sowieso Schlaf nachzuholen. Erzähl mir von dem Unfall. Lass das Licht aus, Eddie. Diese Geschichte erzählt sich besser im Dunkeln. Die Mutter hatte Dinge gesehen. Dinge, die so furchtbar waren, dass man sie sich nicht vorstellen kann. Jeff Bridges. Ich habe dich eingestellt, weil du aussiehst wie Thomas. Oscar-Gewinnerin Kim Basinger. Warum verlässt du ihn nicht? Weil Ted der Einzige ist, der weiß, was ich durchgemacht habe. Und zum ersten Mal John Foster. Ich will mehr über dich erfahren. Du weißt sowieso schon zu viel. Auf gar keinen Fall, nie, niemals, darfst du die Tür im Boden öffnen. The Door in the Floor. Die Tür der Versuchung.